Mathe für Dummies. Kennst du die Lösung? Bei einem Guthaben von 50 Euro geben wir 20 aus. Folglich Restguthaben 30 Euro. Weitere 15 Euro geben wir aus. Somit beträgt das Guthaben nur noch 15 Euro. Wir geben nochmals 9 Euro aus. Unser Restguthaben beträgt 6 Euro. Wir geben noch einmal 6 Euro aus. Restguthaben 0. Addieren wir die gesamten Ausgaben zusammen, erhalten wir 50 Euro, ebenfalls von der Ausgangsposition von 50 Euro vom Eigenkapital. Addieren wir das Guthaben zusammen, erhalten wir 51 Euro. Woher kommt der 1 Euro? Falls du die Lösung kennst, schreib unten deine Formelrechnung in die Kommentare, damit alle diese sehen können. Ich kapiere nichts. Mathe für Dummies.